Hallo, wir sind das Duo Nummer 33. Ich bin Aless Witek, ich komme aus Tschechien und ich spiele Klavier. Und ich bin Manuela Viede, ich komme aus Brasilien und bin ein lyrischer Sopran. Genau, wir würden jetzt etwas über uns sagen. Wir haben in diesem Jahr zusammen angefangen zu arbeiten und unser erstes Konzert war in Saarburg in diesem Sommer. Genau. Und also das erste Begegnung für mich mit Ugo Wolf war in Brasilien. Es gibt ein Festival, wo ich studiert habe in Rio de Janeiro. Und es ist eine Verbindung zwischen der Hochschule in Karlsruhe und meiner Hochschule in Brasilien. Und da habe ich einen Meisterkurs mit Mitsuko Shirai gemacht. Und in diesem Meisterkurs habe ich Verborgenheit gesungen von Ugo Wolf. Und also diese Erfahrung, ich werde es nicht vergessen. Genau. Und jetzt vielleicht noch für das Publikum, dass die erste oder zweite Runde oder auch das Finale sich anhört. Wir würden gerne sagen, dass wir euch viel Spaß wünschen und wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß habt als wir. Super. Tschüss.